Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. Äh, in Ordnung. Und ich und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Ugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. 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 Es ist mir heute Nacht eingefallen. Wie geht's? Na dann. Hier. Gut. Dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixir. Ugo. Wow, das große Werk! Ähm, das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Ugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm! Ich komme. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Ähm, für... Ach ja. Die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das sollte mir die Sache erleichtern. Dann... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020